Marianne Rosenberg 10. März 1955 in Berlin-Lankwitz, ist eine deutsche Pop- und Schlagersängerin sowie Songreiterin. Sie war vor allem in den 1970er Jahren mit Titeln wie »Er gehört zu mir« und »Marlene« erfolgreich. Marianne Rosenberg ist das dritte von sieben Kindern von Otto Rosenberg, einem Sinto und Überlebenden des Völkermords an den europäischen Roma und Sinti, Poraios, und langjährigem Vorstandsmitglied des Zentralrats deutscher Sinti und Roma. Sie wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Ihre Schwester Petra Rosenberg ist die Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Ferner sind Marianne und Petra Rosenberg Cousinen von Randolf Rose. Im Alter von 14 Jahren gewann Rosenberg einen Talentwettbewerb im romanischen Café im Europa Center. Danach nahm sie ihre erste Schallplatte »Mr. Paul McCartney« auf, die 1970 ihr erster Erfolg wurde. Mit ihren weiteren Titeln »Fremder Mann«, 1971, »Jeder weg hat mal ein Ende«, 1972, »Er gehört zu mir«, 1975, und »Marlene«, 1976, erreichte ihre Karriere in den 1970er Jahren ihren Höhepunkt. Sie hatte zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen, darunter mehrmals in der ZDF-Hitparade, und wurde zu einem der erfolgreichsten Schlagerstars des Jahrzehnts. 1975 nahm Rosenberg erstmals an der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest teil, platzierte sich aber mit ihrem Lied »Er gehört zu mir« nur auf Platz 10. Trotzdem wurde das Lied zum Hit. 1976 und 1977 erhielt sie jeweils den bronzenen Bravo Otto der Jugendzeitschrift Bravo. 1976 sang sie bei der luxemburgischen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest du Pöte Arriva aus Sinema »Lieder der Nacht«. Sie scheiterte aber an ihrem Landsmann Jürgen Markus, der für Luxemburg zum Final nach Den Haag fuhr. Die deutsche Vorentscheidung 1978, bei der Marianne Rosenberg mit »Nein, weinen wertig« nicht Platz 7 erreichte, wurden nur im Radio und nicht im Fernsehen ausgestrahlt. 1980 versuchte sie sich abermals bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest. Ihr Titel »Ich werd da sein«, »Wenn es Sturm gibt« erreicht nur Platz 12. Da nicht wesentlich besser erging es ihr bei der deutschen Vorentscheidung 1982, als sie mit »Blue Jeans Kinder« Platz 8 erreichte. Mit der Schlagerszene brach sie danach jahrelang, wirkte bei Filmen mit und nahm Platten mit Vertretern der damaligen Neuen Deutschen Welle, speziell mit »Extra Breit« auf. Das mit dieser Band eingespielte »Lito Infernal«, »Rückkehr der Fantastischen Fünf«, fällt insbesondere durch seinen punkigen Charakter auf. Um aus eingefahrenen Bahnen auszubrechen, änderte sie Ende der 1980er Jahre. Vor ihr Auftreten, gab sich mit »Schrillen Bühnenauftritten« ein neues Image und bezog darüber hinaus zu politischen Themenstellung. Auch mit ihren neuen Songs hatte sie Erfolg und avancierte zur Ikone der schwulen Bewegung. 1988 wurde ein Remix ihres großen Hits »Er gehört zu mir« als Single veröffentlicht und lenkte durch hohen Airplay-Einsatz erneut die Aufmerksamkeit auf die Sängerin. 1989 sang sie für den Soundtrack der Fernsehserie »Rivalen der Rennbahn« den Song »I need you love tonight«, produziert von Dieter Bohlen, der auch Text und Musik schrieb, und hatte damit einen Überraschungserfolg, sodass das Lied unter den Top 60 Platz fand. 1989 veröffentlichte sie das Album »Uns verbrennt die Nacht« und hatte mit der ersten Single-Auskopplung »Ich denk an dich« einen Hit. Das Album war in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Harald Steinhauer entstanden, der auch bei ihren nächsten Alben »Und du kannst nichts dagegen tun« und »Feuerrosen« die Produktion übernahm. 1994 nahm sie mit Dieter Bohlen einen weiteren Song in englischer Sprache auf. Anniver I. Leigh My Head erschien auf dem Soundtrack zu der ZDF-Serie »Die Stadt Indiana«, wurde jedoch nicht als Single veröffentlicht. 1996 nahm sie an einem Gedenkkonzert für Rio Reiser teil. Nach einer Reihe Alben, die im Laufe der 90er Jahre erschienen waren, darunter die im Studio live eingesungene Doppel-CD »Fünf Tage und Fünf Nächte«, veröffentlichte sie 1998 ihr Album »Luna«, mit zum großen Teil selbst komponierten Songs und Texten ihrer Freundin Marianne Enzensberger. »Luna« wurde ein Jahr später nochmals veröffentlicht, angereichert um eine im Radio erfolgreiche Cover-Version des Share-Hits »Strong Enough«. Es folgte das Album »Himmlisch«, das sich schlechter verkaufte, als vorab Kritiken vermuten ließen. Es wurde von Alex Christensen produziert, der im Techno-Genre wie mit U96 das Boot bekannt wurde. Im Jahr 2000 lehnte die Künstlerin einen gemeinsamen Auftritt mit ihrem Vater in einer Fernsehshow mit den empörten Worten ab, »Wie wollen Rosenberg-Schlager garniert mit einer Prise Auschwitz?« »Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber meinem Vater«. 1. 2004 spielte sie unter dem Titel »Für immer wie heute« ihre großen Hits und einige neue Tracks in völlig neuen Arrangements ein. Das Album erreichte die Top 20 der deutschen Albumcharts, die Singles erreichten die Top 100, da es folgte eine Tournee zur Platte. Parallel dazu trat sie in einigen deutschen Städten mit einem Chanson- und Liederprogramm auf, das aus der Zusammenarbeit mit Christian Schodos 2003 entstand und das die beiden damals unter dem Titel »Cocktails for Two« in der Berliner Bar jeder Vernunft Uhr aufführten. Im September 2006 veröffentlichte Rosenberg ihre Autobiografie »Coccolores«. Es folgten Live-Auftritte mit dem Jazz-Konzept im September und Oktober 2006. Auf dem zugehörigen Hörbuch zur Biografie sind vier Musikstücke als Bonus vertreten. Das Goethe-Institut führt ihre Autobiografie bei vier zum Genre-Literatur der Sinti und Roma gewählten Rezensionen zusammen mit den Sintesas Philomena Franz und Doshi Reinhardt auf, 2. Im März 2008 erschien das Chanson- und Jazz-Album »I'm a Woman«. Am 17. Oktober 2008 nahm sie an einem Nico-Tribut-Konzert teil. An der Volksbühne Berlin sang sie drei Lieder zu Ehren der verstorbenen deutschen Sängerin, unter anderem Fama Fatale von Die Velvet Underground und My Fanny Valentina. Im Jahr 2009 sprach und sang Marianne Rosenberg die Rolle der Mama Odie im Disney-Zeichentrickfilm »Küsst den Frosch«. Ende Februar 2011 veröffentlichte sie ein neues Album mit 13 Titeln unter dem Namen »Regenrhythmus«. Außerdem erschien im August 2011 die Single »Die Ballade« von Wolfgang und Brigitte der Berliner Band »Wir sind Helden«, auf der auch eine Version des Liedes mit Rosenberg als Sängerin enthalten ist. Rosenberg saß in der Jury der 11. Staffel von »Deutschland sucht den Superstar«. Zuvor war sie als scharfe Kritikerin der Castingshows aufgetreten. Sie begründete ihre geänderte Auffassung damit, dass man ihr glaubhaft zugesichert habe, dass von nun an Talente eine ehrliche Chance bekommen, 3. Zusammen mit dem Produzenten Dirk Regner gründete Rosenberg die Band »Schattenherz«, 4. Das Album »Das Leben ist schön« erschien im Oktober 2013. Zum 50. Bühnen-Nobiläum 2020 erschien ihr nächstes Album »Im Namen der Liebe«. Die zwölf Songs entstanden und andere in Gemeinschaftsarbeit mit ihrem Sohn Max. Rosenbergs langjähriger Lebensgefährte ist der Journalist und Politiker Michael Klöckner. Laut eigener Aussage hatte Rosenberg Ende der 1970er Jahre eine dreijährige Liebesbeziehung mit dem Moderator Elia Richter, die beiden auf Drängen von Rosenbergs Plattenfirma jedoch verheimlichten. Sie selber sagte später über diese Zeit, wir wollten sogar heiraten und eine Familie gründen. 5. Punkt